Moin, mein Kind, also willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead. Wir sind jetzt in Savannah und suchen nach einem Boot. Auf Kennys Empfehlung geheiß. Und mal schauen, ob wir eins finden. Ich bin ja sehr gespannt. Besonders freundlich sieht es hier aber auch nicht aus. Boah, Kenny ist sicherlich auch fertig mit der Welt, ey. Seine Frau verloren, seinen Sohn verloren, das ist, äh, harter Shit. Was ist das für eine Markierung? Okay. Schau dir das für Chuck. Du könntest uns warten, um uns hier vorhin zu warten. Ja, sicher. Oh, schon wieder die Glocke. Boah. Warte Frage. Das ist gut Das ist gut Oh. Es ist der einzige, den wir haben. Und du schweißt es in front of everyone, wie du zurück in das Haus hast, nicht genau helfen. Scheiße, ich habe es nicht so einfach. Ich habe es nicht so einfach. Kenny ist immer so pissig. Was soll das denn? Ja, das glaubst du doch wohl selbst nicht. Dieser könnte noch nicht so verabschieden sein. Kenny, bekommst du eine Grip. Das Boot ist total verdammt. Oh, ja? Du weißt viel über die Booten, oder? Hm. Okay. Schauen wir uns doch mal ein bisschen um. Ja. Das ist wohl warm. Das ist wohl warm. Das habe ich mich auch gefragt. Ich kann dir auch nicht wirklich zuordnen, ehrlich gesagt. Ach du kacke. Was soll das denn sein? Was soll das denn sein? Eine Warnung? Wir machen so etwas wie das. Ja, bestimmt keine Emulsion für die verschwenden. Wenn das schon ziemlich kranker Shit ist. Ichkehaft! Gut, wie auch immer. Ah ja, hier ist dieses Fernrohr. Muss man ja gleich eine Münze reinschmeißen. Siehst du, ich kenne diese Dinger doch. Aber da drüben war ja eine Kasse gewesen. Bei diesem Zeitungsstand. Was ist das? Ach so, noch eine Markierung. Gucken wir uns das auch mal an. Hier ist noch so eine Gasse. Die können wir uns auch nachher nochmal anschauen. Öffnen wir die Kasse! Hervorragend. Aber wo? Warte mal. Kann ich den auch kaputt machen? Halbwegs? Oder vielleicht einer von den... Vielleicht geh jetzt mal in die Gasse rein. Gucken wir mal, was da ist. Vielleicht überhaupt rein kann. Ich kann hier rein. Aber ich kann hier definitiv nichts machen. Toll. Einfach hervorragend. Ich hatte gerade gedacht, wir könnten ja nochmal bei den Walkern, die da aufgespießt sind, schauen. Kann wie es aussieht auch nur den einen abknallen. Ja, das stimmt aber. Aber was soll ich sonst machen? Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Los. Ah. Vielleicht haben wir hier Glück. Dann halt mit Gewalt. Geht doch. Da konnte ich mir auch noch das Auto anschauen. Ja. Die Plünderer machen keine halben Sachen. Wohl wahr. Wohl wahr. Wohl wahr. So egal. Jetzt können wir auf jeden Fall durch dieses Fernrohr schauen, weil wir jetzt eine Münze haben. Da ist es. Okay. Okay. Dann schauen wir doch mal. Ja. Leider. Ja. Ja. Das war immer noch nicht dann. Ja. Aber das war nicht. Was ist so das? Ta 진짜. Wie geht der? Da geht weiter. Das war nicht. Wer ist das? Wer ist das? Oh, we're gonna talk. Na, da mal los. Wow. Autsch. Hä? Oh, das ist eine Frau, ne? Zapperlott. Hello, milady. Nein, er ist mit uns! Er hätte ja fast nicht schnell genug reagiert. Aber der Schuss war jetzt natürlich doof. Ich weiß nicht, warum? Ich hör euch. Welchen? Wer ist denn hier? Nein Sie haben eine Zerro-Toleranz-Policy für jemanden, die nicht oder nicht leben können. Sie wissen, dass wir nicht sie sind? Weil es keine Kinder in Crawford gibt. Nicht mehr. Nein? Nein, genau. Crawford's all about the survival of the fittest. That's how they survived. While the rest of the world went to shit around them. Jesus Christ. Well, just the opposite, when you think about it. But still, children. You're not seeing me. In God's name? Why? No one stays in Crawford unless they can pull their own weight. Otherwise, you're just another mouth to feed. Another drain on their precious resources. What does that mean? Pull their own weight? It just means being able to help out, like you do all the time. Doesn't sound like any kind of way to live to me. Couldn't agree more.